ARD Text im Auftrag von Funk Wo warst du? Sag mal, wenn du schlägst Wie siehst du aus? Was ist das hier? Ich hab abgezogen Was ist abgezogen? Ist der dir ab? Ja, aber du siehst aus wie Steven, dieses Segal Was Segal, Segal, egal Guck mal, ich sehe aus wie Stellon Stellon, ja So in Hollywood, wa? Citycobra Was ist mit dir? Was ist das für Schuhe? Ich weiß nicht, ich hab abgezogen Ich hab so eine Kartoffelchips gesehen Was abgezogen? Deine Schwester ist abgezogen Nein, red man nicht so über meine Schwester Du hast gar keine Schwester Ja, Mann, aber Ey, piep piep piep, guck mal, komm nicht klar Wir helfen dir Warte mal Soll ich dir helfen? Gib dir mein Pin, ist mehr drauf Ja, Mann, sein Pin ist kurz und dick Was kurz? Mein Pin ist lang und mein Konto ist dick Ja, Mann, sein Konto ist so dick voll Er hat schon Neues bestellt Ja, dein Vater gehört die ganze Bank, Mann und seine gehört Deutsche Bank Ja, Mann Oli Kartoffel Was ist los jetzt? Gehen wir weg, oder was? So, das weiß ich ja So, wo gehst du hin? Was machst du? Lackier mal lieber für deinen Vater Kredit holen Du Arschloch Tyson, möchtest du jetzt eigentlich Geld abheben? Nein, ich hab mich doch vorhin beraten lassen und hab meinen kompletten finanziellen Haushalt auf online umstrukturiert Dann hat dich sicherlich der Herr Schröder beraten Ja, ganz genau Der hat mir nicht empfohlen letztes Mal langfristig zu denken denn nur so kann man sich im Alter einen niveauvollen Lebensstandard sichern Ja, dann habt ihr auch bestimmt diskutiert über die Dynalisierung des Rentenfonds Sicherlich Und weißt du was Tyson? Vater Staat hilft Aha Und wir müssen dazu denken denn nur so kann man sich auch vor Inflation und Ähnlichem schützen Na dann ist ja alles klar Super Okay Soll ich dir helfen, Mann? Was soll ich dir helfen? Ja Tyson Ja Tyson Ja Mann, okay, Entschuldigung Tyson Möchtest du jetzt eigentlich Geld abheben? Oh shit Der hat mich auch letzte Woche beraten und hat mir geraten, nochmal zu raten, was er sagen möchte Los Mach mal deinen Kragen richtig Was für'n Kragen, Leck? Wer? Oh, dein Leben richtig